ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute hoffentlich mal mit besserer tonqualität als die letzten male es soll heute an ein weiteres haus hier unten im hafenviertel gehen ich werde eine kleine timelapse starten und zwar dieses kleine eckhaus das sollte auch gar nicht so lange dauern wie das nachbarhaus dann verschwindet schon mal die eine fassade hier und ja es ist wie üblich nacht so und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020